Der Frank nimmt noch mal kurz das Mikrofon, dann denke ich mal, wird der Jürgen hier noch ein paar Abschlussworte finden. Der Zustand des Konkurrenzdenkens und der Abgrenzung zu den Freien Sachsen muss dringend überwunden werden. Ein erfolgreiches Agieren hier in der Auseinandersetzung, in dieser wichtigen Phase, wo es um alles für unser Land geht. In so einer Phase kann es nicht sein, dass sich Gleichgesinnte voneinander entzweien oder sich voneinander distanzieren. Frank, ich danke dir und wir machen jetzt hier einen Karten-Cut. Jürgen, bitte noch ein abschließendes Wort heute zur Veranstaltung. Ich wollte ja, vorhin ist es schon wieder gefallen, dieses Alles für Deutschland. Das ist eigentlich auch das Motto, was ich so schön finde. Aber wir alle sollten alles für Deutschland geben und das sollten wir alle für unser Land tun. Warum nicht? Was sollte daran falsch sein? Das ist meine Meinung, die vertrete ich und dafür stehe ich jeden Tag auf. Dankeschön. Jürgen, KOMPAKT hat die Aufgabe, das ist unser Ziel, den gesamten Widerstand zusammenzuführen und eine gebündelnde Kraft zu erreichen, damit wir uns unser Vaterland zurückholen. Wir sehen uns wieder auf der Demonstration in Rammstein.